Oh mein Gott. Oh Gott, Alter. Ich will doch niemand sehen hier. Ich kann nicht an etwas denken, das mich glücklich macht. Ich denke dann immer an etwas, was mich in dem Moment glücklich gemacht hat. Und dann werde ich traurig, weil es vorbei ist. Ich schau zurück auf Berlin. Gerade vorbei und schon Lichtjahre entfernt. Ich frag mich, ist irgendwas davon geblieben? Ich fühl mich abgezogen wie ein Aufkleber und nur ein kleiner Kleber ist von mir hängen geblieben. Ich weiß nicht, was ich nicht? Ich weiß nicht, was ich nicht? Untertitelung des ZDF, 2020